So, schönen guten Tag. Herzlich Willkommen zum Tourtagebuch Nummer 4. Wir sind auf dem Weg nach Bischofswerda. Heute nur zu dritt mit King Kong Seerroller und Seitenfeuer. Hört euch die Musik an und ratet wer fährt. Wer fehlt. Der fährt nämlich wieder alleine, der feine Herr. Herzlich Willkommen in Bischofswerda. Na, smiley. Ja, wir sind auch leicht bedrungen. Hallo, na? Alles klar? Oh cool, bitte. Morgen. Sau kalt. Bist du hier gelaufen oder was? Ja. Bist du hier? Paul hat 800 Grad Fieber und Schnupfen und Husten. Was hast du noch? Alles, alles was es gibt. Paul ist unser Ebola-Patient. Wir haben ungefähr minus eine Milliarde Grad. Minus 12.000 Grad. Zitteranfalle. Ja, also hier ist dann unser Backstageraum. Und Schlaf gemacht. Schlafsack gehabt dabei. Ja auch. Geld. Um uns alles zu kaufen. Wir brauchen Geld. Um in den Schulden zu ersaufen. Wir brauchen... Coole Sache. Das ist Technik auch. Geil. Ja, wie ruhig du bist. Muss echt schlimmer Wesen sein jetzt dann. Ja. Der Verstand hält uns. In der Bahn. Und wir ziehen. Waaaaaah. Er wird müde und hält. Nicht das, was er verspricht. Das ist Banana. Banana. Überfordert ist. Und was ist sein Job hier? Könnten es pflanzliche Produkte sein? Könnten pflanzliche... Ja, doch. Ja, ne? Ja. Hier wird das Essen auf Brüche zubereitet. Ja. Bisschen zert. Ja. Jetzt muss ich mir alles ausschleiten, oder? Nein. Du hast hier den coolsten Stuhl heute. Play the best song in the world. Und ich hab so gut. Liebe ohne Schmerz, ich schlage mir den Flock. Durch die Brust bis ins Herz. Alle Männer, Mädchen werden. Es ist paradiesisch hier. Alle Männer, Mädchen werden. Ich mein natürlich alle außer mir. Wie viele Jahre war ich dein bester Freund. Haben viel zusammen gemacht und viel erlebt. Jetzt brauch ich dich. Woll' nicht mehr fragen, wie es geht. Weil es mich nichts mehr angeht. Wir haben so viel durchgemacht. Nie gedacht, das ist mal Kraft. Doch nun ist es wohl so weit. Vorbei die Zeit zu zweit. Ich hasse dich. So ist es leichter, wenn du gehst. Wenn ich nicht weiß, was in mir vor sich geht. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Komm zum Glauben. Aber was? Ich hasse dich. So ist es nun einmal. Schon im Zweifel haben wir uns Bruderschaft geschworen. Ein Boden für ewig, der nie vergeht. Wir wurden älter, es kam ja ein Tag Stress. Haben uns aufgezockt, als haben wir so nie erlebt. Haben so viel durchgemacht. Nie gedacht, das ist mal Kraft. Doch nun ist es wohl so weit. Vorbei die Zeit zu zweit. Ich hasse dich. So ist es leichter, wenn du gehst. Wenn ich nicht weiß, was in mir vor sich geht. Ich hasse dich. Komm zum Glauben. Aber was? Ich hasse dich. So ist es nun einmal. So ist es leichter, wenn du gehst. Wenn ich nicht weiß, was in mir vor sich geht. Ich hasse dich. So ist es leichter, wenn du gehst. Wenn ich nicht weiß, was in mir vor sich geht. Ich hasse dich. Komm zum Glauben. Aber was? Ich hasse dich. So ist es nun einmal. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was hat mal lang nicht gesehen. So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. Übrig während mir, öffne ich die Praxistür. Rieche ich Schimmelpilz, Eiterguss, original aus Fluss. Schaut nicht ein klackigen Stamm, schon von Weitem an. Wird auch die Praxisluft eingehüllt mit Fischgeruch. Bin ich dennoch bereit, motiviert mit Freudlichkeit. Linde auch dein Frauenrein, mit liebster Glückheit. So, warum?